Die größte Steuererhöhung, die Deutschland seit Gründung der Bundesrepublik bekommen hat, war ja die Mehrwertsteuererhöhung von Schwarz-Rot. Sie war ein Fehler. Sie hat das Leben der Bürgerinnen und Bürger immer teurer gemacht. Die Arbeit lohnt sich immer weniger. Und vor allen Dingen wurden trotzdem noch explosionsartig Schulden aufgenommen, selbst zu Zeiten, als die Wirtschaft noch sehr gut gewachsen ist. Und was das Thema Stammzellen angeht, wir halten es für richtig, dass auch diese Forschung unternommen wird. Denn wir wollen ja schließlich Krankheiten wie Aids oder wie Krebs in Deutschland bekämpfen können. Und diese modernsten Medikamente werden heute auch ganz entscheidend durch Gentechnik, durch Forschung in diesen Bereichen ermöglicht. Und wir möchten, dass diese Chance auch genutzt wird im Interesse des Heilens und des Helfens.